herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen jetzt in die nächsten runden von diamond kill quarter ich will lange nicht mehr gespielt nur guck mal wenn ich jetzt schon dabei bin doch die wasser in die hand was für ein idiot was aber ich habe ihn auch noch ich habe ihn auch noch gekriegt oder halt noch krieg ich habe den noch gekriegt was 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 war das jetzt was war das jetzt die Oh, diegert Ja, muss auch noch einer sein Bäh, der gekillt ich bin der King wird es überlebt das Tato rennen wer hat der das Tato rennen überlebt? boah da ist einer gesprohn das gibt es nicht oder? und die haben uns eingeholt b kalten das geht nicht das geht so nicht Kann ich rein? Jawoll, kann ich rein. Hey, das bin doch letztes Mal noch nicht. Jetzt ist es auch nicht mehr. Ja, das ist der Aufgang. Ja, hab ich. Woll. Jawoll, 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 jawoll. Ja, wahrscheinlich. Wir können die jetzt so schnell wieder aufholen. Das gibt es so nicht. Das ist ein Spiel, wo ich denke. Warte, da ist noch ein Rest. Wir müssen noch mal ein bisschen mehr aufholen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr so ein Aufzug brauchen. Sturmgewehr oder was das ist. Ist auf jeden Fall eh richtig geil. Waaarum schießt mein Charakter nicht. Und die holen... und so schnell auf. Das geht doch gar nicht. Ne, verstehe es nicht. Wenn man so schnell aufholen kann. Aber wir haben jetzt wieder die bessere Waffe. Ist jetzt der Vorteil. Vorteil! Vorteil! Irgendwie davon wer die bessere Waffe hat. Oder für was diese Waffe gedacht ist. Was? Der kann... Der schießt einfach durch die Wand doch. Das gibt es doch nicht, dass die einfach durch die Wand doch schießen. Ich mein, wenn es schon geht, dann macht man es ja extra nicht, oder? Sonst wäre es ja total unfair. Und das ist ja auch... Na, das hier ran. Der ist direkt hinter mir da. Da beim Aufgang ist der. Ich schleiche mich an. Der ist schon getan. Fick dich. Da kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Wie? Wie? Ich hätte in der Link so schön killen können. Quota ist eine Viertelstunde. Kill Viertelstunde. Tötungs Viertelstunde. Oder so heißt das. Übersetzt glaube ich. Kill Quota. Hier spawnen der Kollege. Ich dachte, dass spawnen gar nicht mehr. Ich muss einen gegen den Gegner. Verlierer. Und warum ist der gerade ein Gegner nicht mehr gestanden? Ja, 16.000. Nee, nee, nee. Ich hör auf. Ich geh in freien Modus. Aber. Ich will sagen. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und Abo da. Und. Tschau.